Hallo und herzlich willkommen, es ist wieder Project Zippling. Heute mit anderen Reaktions wieder extra für euch, unser Legend of... Pietro... Pietro... Lombardi! Auf bis zu deinem neuesten Song, Kämpferherz. Bevor ihr euch das Video anschaut, möchtest du also auf jeden Fall nicht ein Abo daz lassen, damit ihr kein weiteres Video von uns verpasst. Und damit würde ich sagen, wir fangen an, oder? Wir fangen an! Leute, die Melodie ist einfach grad richtig schön. Es wird sehr emotional, du hast voll die trockenen Hände. Aber es wird voll emotional, glaube ich. Der erste Atemzug, er fiel dir nicht leicht. Die Ärzte sagten uns irgendwas von vielleicht. Leute, das ist unglaublich süß. Ja, das hat sich süß an. Und traurig. Es geht ja um den kleinen Sohn. Ja, ja, genau. Ja. Um den kleinen Sohn. In deiner Brust schlägt dein Kämpferherz. Oft hat sich das süß angehört, in deiner Brust schlägt dein Kämpferherz. Ja. Ja. Ich fand auch diesen hohen Ton richtig schön. Ja, ich fand es auch ganz schön. Gib mir Kraft, wenn ich geschlagen höre. Es läuft so viel auf dieser Welt verkehrt. Alter, ich feier die Lines. Ja. Die sind so schön. Das ist wirklich schön. Ich weiß nicht, ob es mich so ein bisschen an Sam Smith mäßig erinnert. Ja, so ein bisschen von dieser Melodie. Ich weiß nicht. Dass es so hoch und runter geht. Ja, ja. Ja. Deine kleinen Hände in einem großen weißen Raum. Geschlossene Augen. Ich hab gehofft, du warst bald auf. Das ist süß. Es ist... Also Leute, ich kann... Ich glaube, ich wiederhole mich da zehnmal noch. Es hört sich echt süß an. Echt? Ja, aber es ist wirklich süß. Jetzt gefällt mir die Hook nochmal irgendwie viel mehr. Ja, weil jetzt das Schlagzeug noch dazu gekommen ist. Es fand sich schon am Anfang schön, aber jetzt gefällt es mir grad noch mehr irgendwie. Ja, ich finde es allgemein schön. Ich finde, die Melodie hört sich so schön an. Und jetzt grad davor, bevor die Hook gekommen ist, wurde die Melodie lauter und dann halt so. Das verstärkt das Ganze, finde ich irgendwie. Also Leute, ich muss sagen, ich bin Pietro Stimme wirklich schön. Man erkennt halt Pietro Stimme einfach immer. Ja, es ist so. Okay. Leute, es ist so angenehm zu hören. Seine Stimme ist halt so... Es ist zwar ein emotionaler Song und wirklich auch mit einem traurigen Hintergrund, was sie wirklich anfangs durchmachen mussten. Aber ich finde, durch die Melodie und durch die Stimme von Pietro ist es nicht so dieses extrem traurige. Ja, er hat halt so... Sondern du fühlst es mit. Ja. Aber es ist einfach schön. Ja, das stimmt. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde seine leisten Töne voll schön. Ja. Es ist halt so sanft und hat trotzdem was Positives in sich. Ja. Doch zum Glück ist es das Kämpfen wert. Hey! So schön, dass es mit dir älter wird. Schau... Leute, ich muss sagen, ich liebe sowas. Ich liebe es, wenn auf einmal mehrere Stimmen kommen. Ja, teilweise voll der Orchestermensch. Ich wäre voll die Dost-Swiss-Sängerin, wenn das gehen würde. Aber es geht nicht. Es ist süß, Leute. Ja, es ist süß. Es ist richtig schön. Es ist ein richtig schöner Song. Aber man kann auch nicht so wirklich viel dazu sagen, weil es einfach so schön ist. Ja, es hat halt einfach eine persönliche Story. Ja. Nein, also ich fand es wirklich gut. Ja, ich fand es auch. Ich fand es wirklich schön. Ja, ich fand es auch schön. Und wenn ihr unsere Reaction auch schön fandet, dann hinterlasst auf jeden Fall ein Abo. Hinterlasst auch ein Like. Teilt das Video. Fakt uns auf Instagram und Twitter auf Instagram. Project Zubling. Sonst. Project Zubling. Und tötet uns gerade andere Videos an. Genau. Und damit würden wir uns verabschieden, Leute. Macht's gut. Ciao.